Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Counter Strike Global Offensive mit dem Jonathan, dem Sebastian, dem Brammen und heute als Ersatz für den Gott, die geilste Best-of-Sau der Welt. Es ist Mango! Hey! Hallo! Ich muss sagen, als Ersatz für den Gott, äh, W-W-W-W-W-W, ist gut das wird mir nicht gerecht, Aber wir gehen jetzt einfach W-W und dann ändern wir es. wir können können zurück angreifen okay du bist tot ja ja alles klar 133 schüsse wurden abgefeuert bin ich zu b gegangen ich gehe mal nach a ja das habe ich auch nicht verstanden ja habe ich auch nicht verstanden weil christian nicht da ist und du musst ja die also immer damit sie auf acht mit mir auf b ja ich war aber sonst aber mir ist egal wo ich hingehe das war das war jay mit mir machen wir sind ein team ich spiele auch sehr gerne mitte sonst ich nehme alles hier ist alles und alles ja da bin ich auf die mitte zwei stück und die am ms und diese gar durch den abschluss gegangen ja ich weiß aber das sind auch gegner alter wie krass klickt er denn mit der utzi scheiße würde ich auf auf glück schieben einfach ihr müsst die gegner töten was geht dann nur weil du ein kill hast ja so können wir eigentlich kaufen hier oder was ja können wir richtig kaufen da ist ein weirder bei aber ja dann ist ein weirder bei ok mango macht ab jetzt die ansagen bitte ne so war das nicht also ich kenne die akademie in diesem game ich weiß das besser ich würde ne äh dragon law ne wie heißt die awp und dann ne eiswahrt ok der hat mich einfach gemacht in der mitte ja gimme ist auch ein bisschen krass danach so ne smoke hüge ich rotiere mal weil ich hab das gefühl dass das alles durch wird ich glaube auch das ist gar nichts mehr gerade what the fuck ich doch ich wurde die zange genommen auf a ich bin geflasht worden warum bin ich geflasht worden weil die a sind bei uns im spawn ja weil die haben dahin geflasht die haben zum auto geflasht einer hinten quatsch einer mitte ich hole wenn dann glaube ich mal kills und nicht so defuse bei das alles und defuse rechts hinter dir vielleicht zehn schuss noch ich könnte kaufen ja das war zu fünft mitte runter einfach in garage rein das funktioniert was immer auf diese märz rein rennen und dann sterben ich habe nicht stehen bleiben kann ich stehen bleiben es sind 30 kugeln ganz gut und das daneben haben wir noch alles ich bin noch am nachladen aber ich habe alles klar Man da klicke ich so schön Aber da war wirklich nicht schlecht Können nicht mal Kills machen Man Ja Das haben wir an Scheiße spiel ich Überhaupt schon kill Was hat schlecht Mango auch nicht Also Also Keine Ahnung Brande mal Mango Das weiß Aber Nice Bram So nämlich Nice Bram Sind da noch mehr Gegner Ich bleib hier bei AP Nicht hinten Also hinten bei dir durch Bei denen noch Oh Guter erster kill für die Runde würde ich sagen Blinde wallbang Immer an diesem Spot Hey Ist mir ehrlich zu Angst gemacht Oh shit B außen Ja Da wollte ich ihn holen Verteilen wir die Bombe oder versuchen wir den zu holen Eigentlich hol den und ihr verteilt die Bombe Ihr könnt den ja so zu stellen, dass er da nicht rauskommt Warum soll ich dich nach hinten decken Mango rechts Ich Du bist einfach gut Ich mach heute die null kill challenge Guter youtube titel auf jeden fall Ja Ja Ey wir verlieren immerhin nicht 16 zu 0 Das ist wie bei mw2 Die hauptsache nicht zu 0 Das ist ja schon besser Jay ist Meister im dart Hast du nochmal feuer Oder hast du euch feuer Ich kann feuer Okay Wir müssen uns da absprechen Jay gerade hast du die einfach geworfen Hey Du musst den wurfarm noch ein bisschen trainieren Ja irgendwie Weißt du gerade So jetzt aber hier Oh B Kommt was B B B Flash B Smoke Warum werden wir noch nicht gesehen Da ist sie Mitte hat mich Versone die drei aber brenn die und ich Nae Scheiße der war schon da oben drauf auf Den ganzen damit habe ich nicht gerechnet Da war doch noch ein zweiter mindestens Einer ist drüben im vent rum Einer ist wieder rüber Einer ist wieder rüber Mango Um vent Könnte da eine gewesen sein actually Ich glaube das ist kein B Commit Also bleibt mal drüben da Ne ne Die spielen nur mit uns Mango du hast die hässlichste Waffe die ich jemals gesehen habe in meinem Leben Ah Bombi Ah Ich geh rüber Haha Das ist ein Effekt luck Das war in 2007 richtig cool Er plantet wahrscheinlich jetzt Circa Oh Hinten nur durch Er ist im Tor einer und einer ist Side Hinter dem Kann ich bin in diesem Game So weird Na komm ey fick dich doch Einer hinter der Kiste und einer hinten im Tor Ah Ah Schade Nice try Aber 69 in 4 Nice Ja das ist nice Ich kann kaufen Ja wir sind losings Ja wir kaufen Ah hier Kurs machen können Ah Ich hab ne smoke mango aber ich hab sonst nix Äh ja Ich hab da unten Du hast aber richtig Ich hab money Ich bin in die Gruppe gegangen deswegen hab ich jetzt 5000 Euro im Monat zusätzliches Einkommen und deswegen kann ich Geil Ja willst du feiern oder soll ich smoken Ich smoke von hier unten die landet so perfekt rechts zuvor Alter mango wie sind wir jetzt hin Ich mach Wir schießen schon hier auf B Alter die packen Zwei Leute mit der Kein push Willst du mit ruck dir sein Du gehst nicht Ach Come on ey Manno mit wem werden wir hier werden wir hier Werden wir hier Mach den erstmal da sehr gut Also wie gut sind die auch nicht Ja doch Ich stehe nur scheiße Wo ist es doch dass er von hinten kommt Vielleicht ein bisschen defensiver spielen Ja ich war aber zuletzt auch neuer Elo und zuerst also es war eine T-Map Na Wir haben einfach Pech ich hab kein Feuer nade Peter Das ist ne Mindset Map Ist egal auf welcher Seite man spielt Ja ja Ich geh mal ein bisschen äh um die Ecke Ninja äh Verteidigen Ninja verteidigen So ne kacke ey Morgte das und geh sofort weg danach Jetzt sind da noch mehr dran Ja Da steht noch einer Da steht noch einer Da ist tot Schön Ich push das ein bisschen Wir haben Bombe da oben Äh jetzt hat er mich gemacht Nice Kicken auf der Bombe Einer oben im Ding In dem Durchschnitt Das hab ich Dick Mp Summon Ey das ist ein Witz Bei mir Bei mir einer Oh Ah die HE Äh vent unten Vent unten Aha Aha Fuck wie sagt der mir ne Du kommst wenn du über rechts rotierst man Und nicht über Highway Finde dich Einer kommt jetzt von rechts wa Ja Hier spielt das echt komisch Das war schön Der war sexy Ah sehr schön Thank you War schon okay Okay Kann ich voll bei machen Aber egal Mago hat schon Deswegen machen wir das Insane reflexes Turn Yeah Turn Ich mach mal kein ninja Booms mehr hier Das ist ja alles schwierig hier Ich smock mal Oben hier kommt Flash direkt Oh einer 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 Den hast du Den hast du Oh den hab ich weggenaded Ja Danke fürs Anhitten Danke fürs Anhitten Ist da noch mehr Action Mango Soll ich kommen Na Sieht gut aus Ich hab ja mal Bombe ist geholt Komm er ist weg Der wollte einfach nur mal pushen Bei A A A A ist einer Einer ist A Bombe läuft Richtung A Okay Ja Hä 98 Ey Null Ajo Ich raste aus gerade Ich hab nur das Gefühl Ich hab nur das Gefühl Ich glaub der cheatet Oh 98 war das ne Mh Mh Oi Mako Ach komm Ja da So schön gespielt Da war ne T-Map krass ne Eko Hatten wir schon mal Einstellungsmap hat Mango drauf geantwortet Eko Kann mir wer legen oder Ich kann tatsächlich Eko Aber wir sollten Eko Ich glaub euch 5-7s hier Oh nochmal durch kein Mittel Ich interpretiere das als Ja 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 Blue Balls hab ich von Mango bekommen Danke Mango Ja ja Blue Balls Ekoi Ich glaub wir sind B Ich hab die A Steps gehört A Okay A Natürlich der letzte der wieder den Headstopp fliegt Keiner hinten drin Der K liegt da ja oben drauf Wir könnten jemanden hoch boosten Habe ich Von hier kommen sie Und hier kommen sie Warte ich komm zu euch Warte ich komm zu euch Mango versteck dich Von der Mitte ALTER Fick dich doch Ich bin gelaufen Nein Das gibt's doch nicht Dass das immer auf so ne One-on-One-Situation mit Mango rauskommt Ja echt äh Wir gehen alle vorher drauf Das ist nicht gut Genau der Rest stirbt zu früh Naja ich bin auch gerade richtig scheiße einfach nur Aber egal Ich mach das jetzt Ich kann mich nicht hier einfach auf Mangos Rücken setzen Und hoffen dat der leistet Dat funktioniert Ja doch das war meine Idee doch Roger that Grab your gear And let me go Aber das läuft nicht so heiß Geht mein Bestes aber weiter in Suche machen Schäme mich Versteh ich gar nicht Peter ist noch schlechter Das ist echt so Das ist echt so Okay B ist ein leichtes Mogen Ich glaube hier möchte einer ein bisschen Stress machen Wollte noch einer oder? WIR PUSHT WIR PUSHT DURCH DURCH DEN SMOKE WASN ASSI Das sind die ein bisschen asozial Was denn da noch eher eigentlichs Rücken? Geht wieder schlecht aus Scheint nur einer zu sein Und dann bleib ich bei A Schön Okay ich bleib schrauben Umblick hier Warum liegt B ja Von Mitte? Von Mitte Wie ist die Twitch? Einer es, einer kommt Ja? Brandon ist das tot Mitte? Muss das passiv halten? Ich bin tot Ich bin, Bombe, ist B Und deswegen bin ich zu Weh gelaufen Ah ok Einer ist Ventrom Einer war Mitte Ist Mitte durch auch Ja Ja Mitte ist durch kommt von hinten und versucht den weg zum beispiel das war richtig misst er kommt jetzt oben ab 1 ist bei uns der letzte war und er war mal zu helfen minus 30 von mir und du denkst nicht dass ich hier stehe dämlicher platz hat mich aber auch echt abgefuckt könnte droppen auch geht das paketverlust gerade dann hat man nicht vielleicht ich okay dann lukas ich sick lukas ist ganz neu ist trotzdem besser aber die ping gar nicht doch 42 schön schön wo war der mango die pushen auf jeden fall ich habe den so ins gesicht geflasht jetzt will ich eine waffe nehmen ich glaube jetzt muss das übernehmen das war zu spät naja ich habe am meisten kohle man ja nicht gereicht für das volle kürt alles gut einfach unkonventionell immer pushen selbst durch den smoke da bist du irre und hinten drin in ecke war das letzte leute haben überlebt mega gut also ich nehme auch die m4 aber ich wollte nur nicht dass wir eine waffe überhaben ich habe mich wieder überholt ich schäme mich jetzt bin ich wirklich letzter ich will nicht letzter werden aber wir sind gut reingekommen jetzt ja wir sind ein bisschen warm geworden hat sich das mit meinem paket verwenden zwischen oder klinge ich immer noch schnell du klingst immer nur wie es der scheiße wäre geil wenn du gleich anfangen könntest kling das jetzt wieder besser ja jetzt wieder gut okay ist tür schon raus sind durch links und den habe ich gemacht was in krass unterheben und daher ich denke ich wollte nichts ja weiß habe ich hier ist gerade hat geflasht und mango aber ich bin ein bisschen dumm ich bleib mal dev ich hole mir mal ne z-connector da kommt wieder rechts der war richtig gut jetzt habe ich auch mal mangos geilen skin kann man da legen ich kann dir eine legen brauche ich kann dir eine legen brauche ich kann dir deine droppen m4 ja ja dann will meine waffen haben man muss ja mal anderes gehen spielen ist ja auch nur gebraucht ich mache feuer peder ok das war nicht so gut die unsere folge pack 32 der hat mich mitte ich kann mitte flash oh gott was mache ich denn hier er hat seinen kollegen den smoke gemacht ja ich hab ihm headshot gedrückt und er hat ihm ausgesehen noch einen mitgegeben und er hat den engel weiß es einfach du bist oben selbst oder was einer ist doch klar ach komm ey ach fuck ich schieße einfach wie die kartoffel gemeldet ach scheiße wieso konnte er meinen fuß sehen die sau oder was hat er gesehen ja ist ein klassiker immer die gleiche scheiße mann der einer da und siebener ping das unfair als stimmt es ist einfach im serverraum in frankfurt oder b ich bin großer fan hier was hast du denn für eine frische sturmhaube auf das sieht ja lustig aus ist jetzt viel besser aus als wir ja wirklich so wie kinder jetzt hinter dem roten richtig plant ja 65 und 4 hinten auf den einen zwei leben wenn er gerade in sheets eingetippt report wäre schön gewesen die gekriegt hätten die runde ja stimmt die hätten auch gebraucht ja aber das schöne ist wir können einfach teknein kaufen oder was auch immer ihr auf dem slot habt und einfach auf b drauf rennen das funktioniert in der zweiten runde nämlich immer wenn man nur dran glaubt ich habe akkuschrauber jetzt klingt gut nachgeladen wie zwei kugeln das meinte nachgeladen und verteilen ach komm was ist der denn da durch vent room we sind sneaky oder 63 und 3 der hat es low da ist ein bisschen mehr auf seinem letzten platz angegner themen scheinbar ich bin nicht mehr da bei uns das ist auch schön du hast auch ein besonderes mainz hat genau nämlich du bist ja auch ich habe die sterne zwei stücke das ist das wichtigste wie wir alle wissen jeder ist wie teflon mindestens drei jahre über das mentale alter von sieben hinaus insofern ist das auch in ordnung die runde liegt wieder mal hingelegt war nicht so gut da oben ist schon einer ja von oben das ist bisher noch echt ah mitte es steht einer tor oh close bei mir der ist close your door der ist nice gewesen können wir damit anfangen bist du schon drauf ach quats einer window einer window einer window das ist ein arctic was heißt das da ist einer das ist bei A nehmen ich klinge ich den eingang zu oh die legende und jetzt in einem auto steht noch einer ja den hält ich weg nach einer mitte noch man alter ich treffe einer war mitte ja truck ist leer for some reason von hinten kann einer kommen in remain stimmt da kann er auch noch her da ist er auch da ist er oh mein gott 59 ach 2 oh scheiße ja scheiße ich hab noch auf den truck geguckt ja Sam er ist doch so anlacht teilweise ne bis 16 geht das gegen hier stimmt richtig ich hab jetzt nicht mehr gespielt wie lang geht es bei Valorant bis 13 ok deswegen war ich verwirrt ähm hm er ist noch kein letzter für die ne ich ich mach den artig immer noch gerne ich würde einfach komplett leise bleiben und woher wir den entry kriegen rushen einfach instant drauf ich versuche mal mitte zu picken mit der arbe danke bram zwei leute ach bram wie ach bram äh da kommt einer bei mir durch der ist einfach durch seine eigene smoke gerust ne ne wollte dir nur sagen du meine arbe haben kannst nicht die haben teilweise gegen gepusht da wollte auch keiner kommen wofür kaufe ich den rifles alter wenn der mit der mp7 mit drei headshots ja wirklich ok die haben ungeduld und ich noch fünf leben ich habe die bombe ok was machen wir jonathan die sind angesagt wir warten noch auf a warte wir warten noch auf a und dann gehen wir gleich drauf ok cool oder ein bisschen frag holen ok dann gehts los ok dann gehts los ok hast du früh abgebrochen halber ist einer ich will nicht mehr spielen wirklich nicht mehr ganz ehrlich was war das denn keine ahnung hat er noch abgebrochen mein ich wollte schon die bombe planten äh die die irgendwas planten made rausholen ich gebe mich einfach hier jetzt so waffe weg und gut ist ich messer jetzt alter ist erbärmlich junge 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 oh wir hatten echo ja hab ich natürlich gesehen äh ja ich hab einfach vergessen zu kaufen und deswegen hab ich auch so gesehen ge-eckot das war fett ne wir hatten wirklich echo ne wir hatten wirklich echo der hätte 1000 er verdient er ach komm scheiß drauf ich geh hier drauf er hat was abgezogen bekommen für den move gerade ich glaub naja das war aber wirklich so ein straight-up bisschen ok du musst jetzt was machen ja guck hinten der ist headshot ok wie jeder ehrenlose spieler oooh er gibt durch die wand lol jetzt ach jetzt hab ich treff auch nichts ok jetzt spielen wir richtig ok ok ja lass mal machen ich muss mir ich war bevor wir ich muss vielleicht mit Snickers haben Snickers das ist ne gute Idee habt ihr schon die neuen Snickers die ohne Müsse sind die nur mit einem Haselnusscreme sind ja mega geil oder ganz weird ganz ganz weird auf jeden Fall sind da sie sind da ein leckerer die sind lass mal mitgehen also du hast das gefühl du beißen drauf haben noch keinmal bitte ja ist so gut die dich ich flash oben rüber Achtung ich puste hier ist bisschen feuer es heißt tendenziell hab nicht so bock drauf jetzt hab ich bock drauf schön braben ich geh highway hoch Leute oben kann man sitzen auf highway ja ja kannst du oben auf der Ecke kannst du sitzen ich hab ich nehm ab As unser 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 hat die Bombe ich plante sicher ich noch durch nein von hinten aus der Mitte von wo hinten Arfe ne also der Dorf Trämpel ist ja das Z-Connector geht wahrscheinlich über Truck wissen wo der andere ist ich bin so gebrochen nach dem gerade nach dem move weißt du die runde wäre wahrscheinlich eh schwer zu holen weißt du die runde wäre wahrscheinlich eh schwer zu holen gewesen zu alter die wäre schwer zu holen gewesen zu holen gewesen Mitte fand's so gut Mitte fand's so gut machen wir mitte nochmal gleicher Spot wie du ihn eben getötet hast hinter dir mal ja er piet mich okay okay könnte er sich einfach im Z-Connector sitzt er links mit drei Leute Z-Connector was zur Hölle geht einfach straight B straight B let's go den einen hab ich noch schnell mitgenommen wahrscheinlich wird einer herben sitzen Okey holle Lebt noch jemand zufrieden ja ja er hatte aber nicht so schnell da ist aber Mango du hast gesprochen und ich war schon tot so schönes Timing da hatte ich meinen Plan schon durchgezogen mal die macht hat Ich bin ziemlich dev, Jay. Alter! In der Sekunde, wo ich oben rechts gucke, wer wen gekillt hat, piekt der mich und gibt mir einen Headshot. What the fuck? Ich bin so gebrochen. Merkt man gar nicht. Ich sehe mich auf der Map auch nicht mehr. So ne Scheiße, ey. Oh, Mann. Ich dachte, wir haben Verlierer-Bonus, wieso habe ich trotzdem keine Kohle? Soll ich dir was troppen? Ja, ist gut. Hey. Jetzt wird es persönlich. Ich muss K6 spielen 14.7. So ist das. Ich gehe wieder mit und verliere die Bombe vor uns. Ihr redet krasse Sachen auf jeden Fall. Ich verstehe. Ich habe in der Mitte die Bombe vor uns verloren. Ja, Kill! Mango, ich muss sagen, nice. Direkt vorm Tor steht einer. Bitte? Direkt vorm Tor. Ich gehe auf der Bombe. Aua, aua, aua. Kann ich mal nicht so durchballern, Peter? Das ist nach links. Das hat nicht gut geklappt. Ah, ich wollte mir die Waffe holen, nämlich. Ich imagine, wir werden jetzt die Bombe mit nicht verloren, ey. Der Prushtäter. Oh Gott. Als ob ihr... Hä? Durch den Container hat er mir einen Header gegeben, oder was? Unlogisch. Ah! Okay, das habe ich gefühlt. Wir werden können. Wir werden können. Ich habe keinen Bock mehr, Mann. Gib mir jetzt einen Snickers hoch. Tschüss. Okay, immerhin. Immerhin hat Mango mich gefühlt. Ja. Ist natürlich nicht genau so überrascht. Ja, das war nichts. Also, Dart, äh, ja. Aber Mango hat alles gegeben. Mango ist, äh, hier, ne? Mit meinem Positiv. Kann man den wenigsten Vorwurf machen. Ja, definitiv. Das war mein Bestes gegeben. Fand ich ganz im Point. Aber die Gegner waren halt auch stark, muss man sagen. Da waren vier mit drei Sternen. Das muss man halt auch... Ja? Ja, come on. Das hätten wir trotzdem nicht so scheiße spielen dürfen. Ja, okay. Eigentlich hat Jayet weggeworfen, vor allen Dingen. Ja, meinetwegen. Kein mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.